In dieser tief bewegenden Zeit braucht es Mut und freies Geleit und die Sehnsucht steuert uns in die Zukunft. Schnell, unsere Botschaft zieht mit dem Wind und ein neues Denken beginnt, unsere Augen blicken nun in die Zukunft. Wann ist es nicht mehr jeder für sich? Und dann sind wir, du und ich, füreinander da. Wir setzen Lichter auf Obersee und wir feiern die Idee von dem Glanz der einen Welt. Und dann stehen wir genau in unserer Zeit. Wir bauen Schlöße nicht nur für uns, denn die Liebe ist eine Kunst und wir tragen Sorge für unsere Zukunft. Stehen, sehen wir voller Inspiration, in das Feuer unserer Vision und verstehen Füreinigkeit in der Zukunft. Wann heißt es nicht mehr jeder für sich? Und dann sind wir, du und ich, füreinander da. Wir setzen Lichter auf Obersee und wir feiern die Idee von dem Glanz der einen Welt. Und dann stehen wir genau in unserer Zeit. Und dann stehen wir genau in unserer Zeit. Und dann stehen wir genau in unserer Zeit. Aufrecht gehen wir den Weg der Veränderung Aufrecht gehen wir den Weg der Veränderung in unserer Zeit.